Für fliegende Menschen wird es zukünftig noch schwerer, in die EU zu kommen. Eine herbe Niederlage, was da rechtlich beschlossen werde, denn wenn die Gesetze so schlecht sind, wir befürchten, dass zukünftig nur noch wenige Menschen überhaupt Schutz in Europa finden können, weil eine Vielzahl schon an den Außengrenzen inhaftiert wird, um dort isoliert von der Außenwelt abgelehnt und abgeschoben zu werden. Das ist keine Strategie gegen Rechts, sondern das ist die Strategie der Rechten. Solche politischen Einigungen zu treffen. Und es ist fatal, dass auch die Bundesregierung sich dem zum Beispiel nicht klar entgegengestellt hat, sondern um den Preis der Einigung letztlich auch fast alles akzeptiert hat.